guten tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge see of thieves heute machen wir was besonders und zwar wir machen eine äthena also eine legendäre fahrt und zwar alleine also solo habe ich schon öfters gemacht also sollte hoffentlich kein großes problem werden klar es kann alles passieren aber erstmal legendieren wir lackieren wir das schiff um legendären warum habe ich zwar erst bekommen ja eigentlich nein das ist wirklich das geilste was was ich zumindest finde momentan war der steuerer das ist so geil ich erst mal das dass das nur eine passende galleon figure dazu das ist das problem dass das so hin oder man macht jetzt so das schaut auch nicht schlecht aus und dann halt noch die nach am sehen ja wir fahren jetzt einfach mal so rum war kann man denke ich sehen nach oben jetzt erst mal gleich auch mal gleich die flage ändern ich glaube das sind vor ich glaube ich auch 200 nein die es ist in kriege nicht die dann lieber auch nicht zu auffällig nehmen dass er hier wunderbar schön das steuerer hat mich wohl das ist schon ich finde es wirklich einer der geiz oder das geizte glaube ich mal ordentlich und ja china könnte jetzt der wird machen aber alleine ist es okay geht auch habe ich auch schon gemacht aber ist sehr nervig mit dem vulkan mal sehen das erste was man da immer bedenken muss bei einer dina wenn man sie allein macht auch wenn man sie mit kopadres macht warte hier noch mal kurz bis jetzt zeug da durchgeballert ist die 1 jaja ist dass man allgemein strecke erst mal beklubscht also das heißt es gibt halt strecken die führen halt komplett rum und gewalt strecken die bleiben halt nur in einem bereich schauen wir mal hierhin memorize hideaway das ist das ding war das umgonsens wenn man jetzt hideaway ich denke schon wissen wir wollen dass da dann plan plan da war ein plan da also das ist dann da ist ein bisschen bisschen weg obwohl wenn wir wir können und dann so oder also bis jetzt ist es schön eine sehr geile fahrt plan da keine vergessen 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 8 im besten fall also wenn es noch besser wäre werden hat jetzt zwei aufträge hier na der schöne aber egal dann würde ich sagen fahr mir zuerst nach present als darüber dann so dass so dass so und so und dazu und dann sollte die sache hier schon rocken also heißt m zirka südwesten schön sache läuft da und war also ich rechne damit siehst du zirka also hängt auf aber südwesten jetzt was die besten vor mir hier verblabber südwesten also man finanzieher muss man schon zirka eine halb bis zwei stunden normalerweise normalerweise rechnen also schon ein plan der fina dauert schon recht lange aber das ding ist ich habe es auch ein bisschen bisschen ein kategoriert also wenn ich sie alleine macht bin ich in der regel etwas schneller als wenn ich es mit meinen freunden macht seit dem folgenden grund wenn ich alleine verlasse ich mir liegen weil ich mir denke ja gut so viel wert ist es ja dann doch nicht tue jetzt auch beispielsweise einige tun liegen lassen das heißt welche lasse ich liegen beispielsweise alles was unter unter captain stone ist nämlich schon mal nicht mit ja das bleibt dann halt einfach liegen oder auch alles was unter hasserfüllten schäden das lasse ich auch jetzt beispielsweise weg bei mir sagt ich schaue mich einerseits mein kontostand an wenn ich geld verdienen will das habe ich auch schon mal ein video dazu gemacht mache ich dann braids egal ob es jetzt schiffs rates sind oder normale rates ein bisschen einfacher sind kann man auch schön alleine machen so ein bisschen aufpassen und ja wenn ich geld verdienen will sagen dass hier interessiert 1 und zwar die natur pressen da jetzt meine lieblings sind sie hier sind sehr lustige sachen schon passiert sehr lustige sache ich leider nicht auf aufnahme etwas traurig aber oben sollte man jetzt auch nicht unbedingt machen was jetzt hier machen schiff allein lassen nicht mal angau und dann rüber springen macht es nur weil ich da alles im blick habe hier der höchsten blablabla also die meisten rätsel kenne ich kenne ich schon meistens macht mal macht das schon wo ist denn das mal passieren aber meistens sachen kenne ich halt doch schon vor allem in im neuen gebiet im laba gibt mir danach aktuell sein ja ihr wisst was sie meinen im neuen gebiet für diese markante warte 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 sind es da muss doch hier hier ist warte 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 wie ist die karte warte warte heißt da kann man was glutschen ja hab ich letztens erst gehabt da ja ja das war dann da komisch dass es dann jetzt hier nicht gleich egal jahre stehen noch da üben denke mal die lassen uns in ruhe das war mir klar bitte kein sprengplatz kein sprengplatz sein kann sie sind manchmal eklig aber können meistens wie guter verbündeter sein da habe ich jetzt nicht aufgepasst das kann schnell natürlich hätten her mein freu lecker schmecker so musik gesang mit den felsen quellen norden rosen fangen felsen norden müsste ich kennen felsen quellen ja ja weiß ja hallo ich spiele schon toll felsen quellen war doch da gestanden oder sagen magst du an der felsen quelle gehen norden jetzt die einzige quelle hier ja jetzt hier manchmal muss man da ein bisschen dran dran ist auch egal vogelscheuche vom fernsten ufer gehen osten kenne ich auch osten 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 vogelscheuche ja jetzt weiß ich es wieder wahrscheinlich sind das lustigste finde ich immer sie ob sie tun mit dem meisten aufwand den meisten viva mit zu bringen also das ist mein gefühl immer die war das jetzt hier vorgescheuchte fernsteufer osten musste dich west nordwest also im fernsten hallo weil das was also 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 eine abhaune sieht sie auch nicht die option hier vorgescheuche den schritt im west nordwesten so jetzt nordwest 1 2 3 4 5 ne west nordwest da bin ich jetzt nur west nordwest so mehr wissen die musik leider mit jetzt eine plünderer gekommen hätte ich die eisberg liegen lassen aber die captain zeug wenn es nicht zu viel aufwand macht will ich schon mal wollen wir halt gerade das schiff daneben dran ist wer es jetzt auf der anderen seite dann wäre es wieder zu überlegen aber ja das sind halt alles sachen theoretisch wenn man nur die erzina haben will kann man auch alles liegen das geht ja genauso im prinzip was für ein high ist das was für ein high ist das wenn es der high ist was ich denke wo er weiß da bist du normal oder es ist nicht so normal oder hat uns antritt gewährt ich weiß es jetzt nicht weil wenn es nicht der normale ist dann werde ich gleich um 50 duplonen reicher du mal die segelung weiß es ungewohnt dass jemand die ja im nebel auftauch schön ist das nebel ist und wenn man also ich könnte glück haben könnte glück haben was nämlich das wo ist er denn hin put 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 da ist er da ist er da ich glaube das könnte das sein nein jetzt wird hier jetzt sind wir hier reingefahren so schon zu nah bei der discovery rich so kanone bitte bitte runter ja kommen 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 unterdeck 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 ganz wichtig ein grund ihr bekommt kein schaden zweiter grund ihr werdet nicht beck geschossen wir sehen nach den kammern alleine besiegen jetzt so spielen der jetzt da auch nicht da es gibt schlimmere glaube der gäbe ist etwas aggressiver ich weiß es nicht wieder heißt gibt der verschiedene farben jetzt der hier taucht glaube ich ich hoffe es dass er ist das sehen wir dann am schluss wenn das das ist weil der hier taucht glaube nur im nebel auf wenn er es ist mehrheit freund der bier lecker haba haba in form von blei hier ein leckeres bleimüsli okay nur noch ein treffen laden auch einmal kommen wir treffen wir haben da getötet da vorne geht er unter nicht mal gesehen wie die kugel einschläge und getötet das ist nenn ich was weg ich glaube das war der nicht schade 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 ich habe jetzt auch nicht gescheit gesehen so war das der normale keine ahnung wir haben jetzt einfach mal noch hier 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 einfach mega loben gelegt ihr seht es geht allein also die wohl schreien das ist unmöglich und das einzige was es meiner achtens ist manchmal es ist nervig wie sau da vorne geht er unter das ist das einzige wenn weil wenn ihr rausfahrt und direkt und einer kommt dann echt wirklich fünf minuten games kommt direkt einer ist es nervig der recht gut ist angegeben aber das war der nicht schade denke alle sind hier freundlich sind hoffe ich mal dreh gleich mal ein bisschen ja ist egal wie wir drehen wie gesagt wenn die uns beklauen ihr sei so hallo mein freund kopf ich könnte ich bin ok ich komme ok da helfen wir dir mal kurz vielleicht ist eine schlechte kopf also wir können auch auf deutsch reden wenn du willst ok moment das hatte ich schon mal dass der jetzt im moment moment helfen wir mal kurz zeigt noch mal kurz man mag man muss mal ein bisschen rumlaufen es könnte weder das hier sein oder das da drüben mit einer sonne heißt es nicht dass ich aber schon mal danach geschaut aber irgendwas mit uns auch noch nicht gefunden die Insel gegen Westen soll es sein um aber mal kurz Prozent etwas kleine Insel okay das könnte hier sein okay kein Problem schnell noch geholfen ich kenne ja doch ein bisschen die Insel mehr als die meisten wo müssen wir hin aber ich gleich gehört dass der deutsch war also hier ist Stein hier noch mal Stein hier so nicht hier so nicht bin ich bin ich hier ist der Stein ich schätze mal das ist oder Stein also ich denke eher hier so liegen lassen so ja einfach mal toll alles klar bei drei sage ich noch okay aber schon mal ja ist denn hier für Sommergut oi 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 bei des Dings die Athena Dinger sind bisschen ekeliger als normal danke sehr so dann da üben noch die drohen so kann es auch laufen gegenseitig helfen und so es muss mich immer bitteres bittags des pvp sein ich hoffe jetzt dass da jetzt keiner rüber geht immer schiff und die sachen glaubt nicht dann sei so das ist das kleine risiko wenn man alleine spielt na es ist immer ein bisschen schwerer und man kann schlecht auf sein schiff aufpassen gerade bei so einer insel stein 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 oben machen wir erst mal die obere wenn ich dass sie hier jetzt eine denkblockade bekommen hier lassen hier jetzt hier würde ich sagen ja ich war noch war eh schon falsch gerade war falsch dachte der strand wäre ja lass mich in ruhe nein ouch 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 was dabei ah ja jetzt sind wir erst jetzt sind wir erst hier oben ich höre was hinter mir wir machen mal vorsicht aber hier den anker anka wanka wanka nicht wie wanka das ist da wenn das seite ist also okay ich will die nicht sei denn immer mit das ist nervig ja eine sekunde auf der insel und direkt da sind ist ein sprengsatz oh nein nein nicht interessant keins bleibst jetzt hier macht euch putt alle jetzt rennst du weg also es war ja wo bist du hin wo bist du hin hier bist du nein nein böse 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 so dann brauchen wir nicht plan da ist halt so eine große insel einfach mal und das noch zuniviert in der höhle seien die könnte überall sein am liebsten ist mir immer so eine klein wie möglich also so eine kleine insel klein wie möglich am besten die insel und das gleiche kämpfen und halt am besten so dass man mit kanonen aufschießen dann auch gottes wenn ihr sind gold explodiert habt ihr das gesehen ich habe eine pistole gehört ich habe eine schroffläden habe ich glaube ich auch gehört also ein sniper und eine pistole waren auf jeden fall dabei wurde von drei sachen glaube ich gleichzeitig doch oder halt so und ja genau das ist gestorben das chaos das pure chaos ist jetzt keine banane gottes will was ist denn heute wieder los nein das wird das wird gestern ich konnte schon sein finger am abzug sehen wir werden instant tot gewesen weil die wahrscheinlichkeit dass er da nicht getroffen hätte besser geht ja 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 nicht so ganz viele bananen also bananen ist immer gut mehr mitzunehmen wo man jetzt genau macht da kann ich jetzt insel absuchen munition auch ganz wichtig mich wundert aber dass das eine ist wird von dieses ist eine gold so was hatte ich noch nie muss ich ganz ehrlich sagen hallo freunde nein nein ich werde ich schnell nach rechts gelaufen hätte ich noch eine banane essen können man egal wir haben fast alle wellen abgeschlossen gut 1 2 geist noch mal ein gold oder haben wir gleich zwei goldene weiß ich glaube danach kommt noch mal ein gold oder so 1 2 habe ich sie 2 2 2 haben wir sicher das ist jetzt der dritte glauben oder ja das war erschmerzert das war erschmerzert ja da ja zwei haben wir jetzt noch ein geist also kommt danach noch ein gold hoffentlich kommt da ein sprengfass heraus wenn nicht wir haben noch eins das ist wirklich eine eklige kombination das ist wirklich eklig bis auf zum glück bin ich gesprochen wir haben meine wegen auch so wenn die anderen nicht kommen das gibt es doch nicht genau in dem moment wird es dunkel so jetzt aber geil also ein lichtschwert wäre echt geil genau er block währenddessen der auch kaputt naja so kriegen wir die auch an bord seit die kunst nur da zu treffen wo man will und nicht da wo man nicht ne komm nicht schön ähm 0 banane sehr schlau damit zum kampf zu gehen wäre uns jetzt eh auf den keks gegangen jetzt renne ich im rauch jetzt hat der ihn seine letzte stunde angefangen tatsächlich so naja den lasse ich jetzt biegen normalerweise nehme ich den jetzt auch normalerweise immer mit aber der hat mich jetzt zu viel hack mitgemacht äh der letzte hinzu würde ich sagen ich bin froh dass es außen auf wird dazu gewittert also ich meine in echt jetzt hier nicht im spiel weil nicht dass es den strom weghaut oder server unterbrechungen gibt das wäre nicht so schön kann es aber auch geben haben wir doch ne schau mal hier ein paar bananen rein keine mehr glatt kapitäns wohl fast perfekt eingeparkt weiter wäre mir lieber gewesen gut geben wir die dinge ab und dann haben wir es ja schon fast du 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 hier äh zu wen müssen wir jetzt hier chris keine ahnung ne das ist nicht chris 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 boah boah geile ladung hier boah boah ja 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 kurs schön hier na h a Dann böllern wir direkt dahin. Wollt ihr eigentlich noch schnell Bananen finden? Zuerst aber hier das Zeug verkaufen. Bist du doch Crescent? Nee, nee. Discovery Ridge? Crescent? Nee, nee. Das war nach oben. Nee, das ist... Wie heißt es denn? Wie heißt es denn? Das ist eher in der Nähe. Was ist denn? Nee, hier nicht. Auch nicht. Kennenkauf. Kennenkauf, oder? Ja, ja. Kennenkauf. Ja gut, ein leichter Punkt. Mache ich hier, fahre ich den Norden und dann wupp. Und dann Golden Sands abgeben. Auch wir werden da in Ruhe gelassen. Gleich nach Ding hier ausrichten. Golden Sands. Und dann können wir direkt weiter böllern. Tick, 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 tick. So. Dann können wir runterlassen, sonst schießen wir noch weiter weg. Hupp. Durchs Wasser schießen und dann... Haben wir es ja schon. Ich habe jetzt auch kein anderes Schiff gesehen. Sollte direkt da vorne sein. Hoffentlich ein Stich, ein Treffer. Sollte genau hier sein, oder? Bitte? Ah. Ist doch nicht klar. Tata, tata, tata. Ah da. Das Schöne ist, die Musik ist jetzt überhaupt nicht übertrieben. Davor war es ja nur so ganz klein und niedlich und süß. Oder liegen meine Sachen noch? Ah, ah. Hat keine eigene Sonne. Aber wundert mich das nicht. Wenn halt so ein Event ist, interessiert sich halt keiner dafür. Ich lasse die Sache aber da auch jetzt liegen. Das lässt uns was spät. Oh, gut. Oh, gerade drei. Zwei. Wow. Ansehen erhöht. Ah ja. Wie gesagt, man kann auch die von Devils Raw eigentlich machen. Aber bloß da ist es noch weniger empfehlenswert, die alleine zu machen. Wie gesagt, hier geht es eigentlich einmal drei. Finde ich zumindest. Das gibt es nicht. Jetzt muss ich auch noch schwimmen. Aber Devils Raw ist halt wieder so eine Geschichte wegen dem Vulkan, ne? Dann bricht ein Vulkan aus, dann das, dann jenes. Das ist nicht so ganz so toll, muss ich sagen. Und dann am Ende des Tages sagt man dann, weil da braucht man schon, für Devils Raw muss man schon eine halbe Stunde bis Stunde länger rechnen. Also für die hier, also für normale, so circa eineinhalb Stunden bis zwei Stunden. Je nachdem wie schnell man ist und wie viele Komplikationen es gibt. Und für Devils Raw muss man wirklich eine Stunde noch ranrechnen. Oder eine halbe Stunde, wahrscheinlich eher Stunde, weil es eher mehr Komplikationen gibt. Da tue ich jetzt nur anständig das Schiff parken. Handbremse rein. Schiff geparkt. Wir müssen jetzt zur Taverne. Wumpf. Ah, wenn jetzt kein durchgeknallter Spieler das campt, äh, ja gut, ähm, na? Sonst sollten wir Glück haben. Ah, ist das schön. Haben wir es gleich geschafft. Vielleicht haben wir es geschafft. Tata-ta-ta-ta. Wunderbar. Kein durchgeknallter Spieler hier. Ganz da haben. Optimal. 5.800. Heieiei. Schön. Schön. Cool. Geschafft. Optimal. Ordentlich Level erhalten. Ja gut. Nochmal eine Fahrt. Hab ich mir aber schon gedacht. Schön. Gütergrad 2. Optimal. Und, ja. Ich denke dann, wir haben viel jetzt geschafft. Na, wir haben die ganze Fahrt allein, solo, geschafft. Und ich würde dann sagen, mein Gott, blende die Sonne. Jetzt wollte ich hier einen schöneren Ort. Nahezu schön. Na, man. Blende da. Die Sonne so extrem. Egal, dann mach ich so rum. So rum. So rum. So. Glaubt es zu besser. Glaubt es zu besser, ja. So, um den Schuh draus. Und, ja. Ich hab euch gezeigt, dass man hier allein auch Megalodon bezwingen kann. Und allein Athene haben wir jetzt heute gemacht. Und, ja. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht soweit. Und, ja. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.